Weiter geht's mit einem künftigen Künstler aus dem Hause Equinox. Genau, jetzt live im Studio, Jest aus Paris, ist vertreten mit einem Track auf der neuen Compilation, die jetzt digital erschienen ist und ab dem 13.06. auch als Doppelvinyl natürlich und CD erhältlich namens One Year in the Day, A Sound Exposure Vol. 2 und wir hören Oktober. Oktober von Jest, schwer exklusiv in der Spurensuche für euch live. Check this. Oktober von Jest, schwer exklusiv in der Spurensuche für euch live. Oktober von Jest, schwer exklusiv in der Spurensuche für euch live. Oktober von Jest, schwer exklusiv in der Spurensuche für euch live. Oktober von Jest, schwer exklusiv in der Spurensuche für euch live. Oktober von Jest, schwer exklusiv in der Spurensuche für euch live. Untertitelung des ZDF, 2020 Gest Live in der Spurensuche M94-5 Und weiter geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Gest Live in der Spurensuche Untertitelung des ZDF, 2020 Gest Live in der Spurensuche Untertitelung des ZDF, 2020 Gest Live in der Spurensuche 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 Bis zum nächsten Mal. 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 im Moment. Spurz, spu, 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.